hallo grüß euch folgendes ich war gestern bei der firma karriere im buch ist jetzt kein werbevideo kriege auch keine kohle dafür ist mir egal und zwar habe ich da dieses polizei automa gekauft für sage und schreibe 20 euro zweite wahl ich fahre den gern geil weil der licht und das tschakalaka das blaue und rote und das setup hat für mich den vorteil ich fahre das normal gegen diese drei indigo cars die picken recht gut auf der straße und der polizei police car der ist recht bissig und da entwickeln sie eigentlich ganz spannende rennen jetzt probieren wir das ich habe das alles auf autopilot gestellt damit ich das mit sagen kann na dann auf die plätze also mein polizei auto ist schon zweiter stelle ja ich hoffe das inspiriert euch zu irgendwas die indy cars kosten so 45 euro einer und wie gesagt den polizeiwagen den habe ich geschossen für 20 euro und ja ich werde jetzt da weiterfahren und wie gesagt vielleicht inspiriert das wem weil wir sind ja da viel so allein irgendwie da und fahren ja wünsche euch noch viel spaß und eine schöne zeit tschau führte euch